Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun-Map. Und zwar plus 250 Level Deathrun. Pink, so easy. 250 Level, ja gut. Und wir werden uns anschauen, wie viel XP es gibt. Denn diese werden angepriesen, dass es XP für den Season Pass gibt. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind. Ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wir werden uns anschauen, wann ist die XP, ob pro Checkpoint, pro abgeschlossenen Levelabschnitt. Oder pro eingesammeltes Easter Egg vielleicht nur. Ich hoffe, es gibt Easter Eggs. Ähm, wir werden uns anschauen, abwechslungsrecht die Map ist. Ob sich die Level wiederholen oder nicht. Ähm, komplett 250 Level to unlock. Ja, das werden wir schaffen. 5 Easter Eggs gibt's, alles klar. Mal schauen, ob wir alle finden. Ansonsten, Map ist mir unbekannt. Yo. Ich würde sagen, aber ohne lang zum Schnackenspiel starten. Lobby im Übrigen, komplett ist pink. Die Map wird komplett pink sein. Das sagt auch der Name der Map. Map-Code in der Videobeschreibung. Wie immer, man kriegt mal wieder pro Laufen XP. Das ist sehr nice. Ähm, das heißt aber dann, dass pro Checkpoint tatsächlich gar nichts geben dürfte. Wir werden mal gleich herausfinden. Ja, es gibt kein XP pro Checkpoint. Das ist schade. So, aber es wird angezeigt, bei welchem Level wir sind. Nicht nur hier auf der Map, auch oben rechts ist das. Ähm, jetzt muss ich aber halt mal ganz kurz überlegen. Bei 150 Leveln, wo man Großteil nur springt, sind die XP, die man fürs Laufen bekommt, totaler Humbug und sinnlos. Dann rendiert sich das nämlich schon mal gar nicht. Außer man steht auf der Stelle, äh, man rennt, ja, außer man rennt im Kreis tatsächlich. Und das ist nicht Sinn und Zweck dieser Map tatsächlich. So, ähm, also bis jetzt rendiert sich die XP überhaupt nicht. Es tut mir leid. Das muss ich ehrlich sagen. Weil, ähm... Ich werde mich doch jetzt nicht am Spawn hinstellen, die ganze Zeit im Kreis rennen. Wie gerade eben, nur um die XP zu farmen. Ich will die Map spielen und da man hier sehr viel springen muss. Was war das schon wieder für ein Glitch? Ähm, da man hier sehr viel springen muss, ist das mit dem Laufen, äh, der XP, also, dass man fürs Laufen XP bekommt, sinnlos. In meinen Augen. Und, ja, und wir haben bestimmt schon Easter Egg übersehen. Denn ich bin gleich bei Level 50 und, ja, noch kein einziges Easter Egg. Und ich werde hier jetzt auch nicht in jedes Loch gucken, sorry, aber, ey, da fehlt mir die Zeit tatsächlich dazu. So wie hier kann ich es tatsächlich mal machen. Äh, und da springe ich ins Loch. Oh, nice. Nein, aber das, äh, mit den XP fürs Laufen, das ist einfach sinnlos. Äh, was ist hier? Fun Items, man kann Coins ernten? Tatsächlich. Äh, da achte ich tatsächlich sehr wenig drauf, ob man Coins ernten kann oder nicht, weil... Bis jetzt sind mir nur zwei Maps bekannt, wo man diese Coins in XP umfausten kann. Oder, nee, drei Maps tatsächlich. Sorry für die Falschvorsage gerade. Ähm, yo. 5 Easter Eggs, 250 Level, 64 Level gemacht, kein Easter Egg. Nice. Das ist auch noch nicht vorgekommen. Ähm, bis jetzt abwechslungsreich, ja. Aber, wir werden mal schauen, ob das auch so bleibt. Wenn die sich hintereinander wiederholen, die Level, das ist dann erstmal scheißegal. Das hat nichts mit, ähm, Eintönigkeit zu tun. Sondern, das gibt's auf vielen Maps, dass mehrere Level hintereinander weg gleich sind. Und das stört mich dann auch nicht. Schlimm ist es, wenn jetzt nach 100 Leveln alles wieder von vorne beginnt. Wie von Level 1 Anfang. Aber ich bezweifle, dass auf dieser Map, dass das so der Fall ist. Und ihr seht, die XP sind wirklich sehr, sehr wenig. Die man hier bekommt. Weil man ja fast nur am Laufen ist. Hier, ich saß es Easter Egg. Ich wusste, wir haben eins ausgelassen. Ich wusste es. Und fürs Easter Egg, ach komm, scheiß noch. Fürs Easter Egg gibt's keine EP. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Map EP-technisch nicht lohnt. Überhaupt nicht. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. Die XP lohnt sich hier überhaupt nicht. Was war das? Dann machen wir das halt so hier und einmal so hier. Und fertig. Nee, aber ich muss sagen, so XP-technisch, die Map, nein, die lohnt sich gar nicht. Die Coins kann man nur für Fun-Items eintauschen, nur um ein paar Mitspieler zu ärgern. Ist also Quark mit Soße. Bis auf die Bounce-Kugeln tatsächlich. Die sind nice, um Leute zu ärgern. Easter Eggs, ja gut, es gibt welche, aber die lohnt sich nicht zu suchen, weil... Oh, da ist eine scheiß Deckungfalle. Weil einfach... Nein, es ist... Quark. Die geben keine XP. Ja, und da liegt ich ganz besonders Wert drauf, weil ich euch Maps vorstellen möchte, wo man XP finanziert hat. Und da fällt diese Map zwar drunter, aber... Ja, nicht in die Rubrik spielt sie öfters. Ihr könnt damit 1, 2, 3 Level machen. Ist leider nicht so. Sprinten kann man wenigstens, das ist schon mal nice. Klettern kann man auch, das ist auch nice. Aber an sich ist... Ja... Ich würde, ehrlich gesagt, kein zweites Mal spielen. Bin ich ganz ehrlich. Weil es lohnt sich nicht von den XP her. Wir haben jetzt erstmal 2000 EP gutgeschrieben bekommen. Fürs Laufen. Und wir haben die Hälfte der Map durch. Das sind 4000... Maximal 5000 EP. Die man eventuell durchs Laufen bekommt, wenn man nicht die ganze Zeit im Kreis rennt. Und das will ich halt nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das ohne Software hinkriegen sollte. Dass ich hier die ganze Zeit im Kreis laufe. Also... Ne. Meine Meinung bis jetzt nach den 135 Leveln lohnt sich nicht. So, hier ist das dritte Easter Egg. Es gibt... Gab es da jetzt XP? Und wenn, dann waren das nur 10 Stück. Oder es täuscht mich jetzt. Und das war für die letzten paar Schritte, die EP. Wir wollen mal schauen, ob es am Ende der Map noch einen großen XP-Boost gibt. Ob man da eventuell nochmal die ein oder anderen 1000, 5000 EP oder so kassiert. Und ich habe jetzt mit ab 10000, 5000 gesagt, weil das variiert. Und es gibt Map-Creator, die schenken einem am Ende über 10.000 EP. Es gab sogar schon eine Map, da haben wir tatsächlich. Und das habe ich euch in der Map auch gezeigt. Knapp 50.000 EP am Ende erhalten. Durch einen Glitch. Den Glitch habe ich euch vorgestellt in der Map. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es hier Bonus-EP noch gibt. Wobei ich ehrlich sein muss, das würde sich trotzdem nicht trainieren. Wenn man jetzt angenommen 10.000 Bonus-EP bekommt. Oh, Entschuldigung. Plus die 5000 EP, die man das Laufen hier eventuell kriegt. Und je nachdem, ob man schnell ist oder nicht, würde sich die Map halt null rendieren. 15.000 EP wären in dem Punkt so wirklich... Na, ach nee. Da kann man in einer Solo-Runde 5 Minuten Spielenaufgabe machen. Da hat man das gleiche bei raus. Aber wir kommen tatsächlich gut voran mit den Leveln hier. Das erste Easter kann man ja leider übersehen. Warum bist du nicht gesprungen? Machen wir es halt so. So, erste Easter kann man leider übersehen. Da war ich stehen geblieben mit Reden. Und... Ja, selbst das stört mich nicht mal, dass ich es übersehen habe, weil... Keine XP dafür. Ich habe festgestockt. Hallo? Warum konnte ich da nicht hochklettern? Und... Ihr seht selbst. Fürs Laufen EP bekommen ist Schwachsinn. Weil man hier sehr oft springen muss. Und dann unterbricht das alles wieder. Und... Ja... Nee. Dann macht das mit den XP lieber pro Checkpoint. Da hat man mehr davon. Wie ehrlich zu sein. das mit den fun items schön und gut ich spiele aber alleine spiele die maps nicht mehr in der aufnahme mit jemanden zusammen die nehme ich komplett alleine alle auf ab sofort seit längerem tatsächlich weil ja da kann ich besser reden auf andere sachen eingehen und ja gleich immer erst mal tot wir haben noch 15 so easter egg nummer was 5 das war gerade knapp wir haben auf jeden fall alle easter eggs also fast alle eins fehlt uns aber sowas hatten wir tatsächlich schon einmal okay es gibt level die sich tatsächlich hardcore wiederholen das ist langweilig das muss ich nicht haben auch wenn es nur 250 level sind wir haben maps gespielt die haben 300 level da ist so viel abwechslung drin da wiederholt gar nichts hier wiederholt sich gefühlt jetzt alles wieder also ja fazit kein zweites mal auf jeden fall so dass alles hat man auch schon mal das jahr hat immer schon das hatten wir so noch nicht okay ähhhhh komm aktivier mal danke ja ja ok gefühlt jetzt äh auf die letzten level wiederholt sich tatsächlich alles nur mit äh feilen unterschieden es wird halt also ich sag mal so ich glaub ab level 200 haben sie sich diverse level wiederholt und das ist langweilig so jetzt gibt es es gibt keine bonus ep das ist sowas von langweilig und ich möchte gerne in den secret room wieso hab ich nicht so ne karte bekommen ja ich möchte gerne so ne karte haben das ist jetzt schwachsinn so hier sind exklusive items das müsste dann der vip room sein ja ok wieviel coins haben wir müssten die map zweimal spielen für den secret room bin ich ganz ehrlich das ist scheiße das ist einfach nur scheiße bin ich ganz ehrlich dann lass doch die karte direkt nach dem äh durchspielen ins inventarkaub und einen das secret room spielen denn diese map spielt man kein zweites mal durch die xp die es gibt nein warum hall of fame hier müsste ich jetzt eigentlich stehen steht niemand das ist schade naja also fazit von der map xp technisch überhaupt nicht lohnenswert kein zweites mal auch nicht für den vip room dort wo man die karte braucht nein würde ich nicht nochmal spielen abwechslungsreich bis level 150 ja danach nicht mehr dann wiederholen sich diverse level farbenfroh es ist alles in pink gehalten ja müsste alles in pink gewesen sein ansonsten easter eggs ja es gibt welche aber keine xp dafür es gibt keine bonus xp am ende der map was ich sehr schade finde und ja wenn euch die map gefallen hat äh mapcode in der video beschreibung wenn ihr mapcodes für mich habt schreibt sie in die kommentare ähm ansonsten würde ich mich über einen daumen nach oben freuen das ist wichtig für den youtube algorithmus und ansonsten ja mir bleibt nicht mehr viel zu sagen außer dass ich euch noch einen wunderschönen tag wünsche rockstar dance until I drop my life is as hard if my holistic love my state is the dance your party never stops Bis zum nächsten Mal.